hallo alle miteinander und herzlich willkommen zur 176 folge von let's play am sie 2 der omnibus simulatur mit mir auch in den riesen wir sind zurück von der themenwoche alheim version 4 diesmal fahren wir die linie 146 sie führt uns vom büropark nach bernstein s-bahnhof fahrzeit ungefähr zwischen 30 bis 35 minuten unser fahrzeug ist der emma in overhaul hybrid a37 dreitürer eeve void wir fahren im stoak oberhausen repaint rasbetter stuttgart wir fahren jetzt auch direkt los und ich wünsche euch allen viel spaß bei der fahrt und gute unterhaltung bitte abfahren so 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 Hasenbolzen Büromark Kommen Sie rein. Hi. Sehr verehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Linie 146. Sie führen uns vom Büroparkieren nach Bernstein S-Bahnhof. Mein Name ist Julian Rieser, ich bin heute Ihr geschätzter Busfahrer und werde Sie sicher und vor allem sanft durch das schöne Arlheim begleiten. Falls Sie Fragen oder auch irgendwelche Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Das ist ein Hasenbolzen. Deswegen schiehe ich Ihnen als Busfahrer jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht mit irgendwelchen Fragen. Vielen Dank. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe euch allen da draußen geht's gut. Gut, mir geht's auch gut. Ich sehe, dass die Cam zu hell ist. Die in den Einstellungen eins weiter runter stellen. So ist besser. Ich möchte mich bei euch allen für euren ganzen Support bedanken, für 95 Abonnenten und für fast 15.300 Aufrufe. Ihr seid echt der Wahnsinn. Seid echt ne klasse Community. Macht gerne fleißig so weiter. Ihr dürft auch gerne meine Videos und da sind die Links dazu auch zu meinem YouTube-Kanal. Gerne mit euren Freunden teilnehmen auf euren Social Media Netzwerken. Das ist kostenloser Support. Und kostenloser Support ist schließlich auch kein Wort. Man kann es sich absichtlich des Verstuhl-E Writing用s-Dr acontecendo nutzen können. Man kann viele Dinge helfen und reagieren. Seid richtig gut. Man kann alles machen. Man kann es nicht hinteruciones. Man kann es evren. Man kann es nur auf eine ganze Zeit. Deshalb würde ich mich auch freuen wenn ihr diesem Video in meinem Kanal überall ein kostenloses Like und ein Abo gibt, dann vergesst nicht die Glocke zu aktivieren um hier nichts mehr zu verpassen. Ich habe auch andere Spiele noch im Angebot, die ich euch gerne auch zeigen möchte in Let's Plays. Aber wenn ihr möchtet könnt ihr die euch auch gerne wünschen, die ihr wohl gerne sehen möchtet, die findet ihr in meiner Kanal-Info, die Spiele wo ich habe. Und dann dürft ihr euch auch gerne sehr gerne Livestreams oder Let's Plays gerne wünschen. Nikolausstraße. Nikolausstraße. Von ein bremseilige Großen Tag montiert. Umsteigungsmöglichkeit zu Regionalverkehr. Zuerst70 ab einer Schmerzen devices nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oder möchtet ihr keine anderen Spiele auf meinem Kanal sehen, weil das habe ich die ganze Zeit so ein Gefühl, weil ihr schreibt keine Wünsche in die Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet. Oder gefällt euch mein Kanal so wie er ist, schreibt das gerne auch gerne mit dazu. Das wäre nur für mich als Info, ob ich irgendwas besser machen muss oder für euch oder ob ich alles so lasse. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2021 Oder falls ihr irgendwelche Fragen an mich habt, nur zu, haut sie gerne raus. Und dann ist es noch alle. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo! Irgendeine Straße. Irgendeine Straße. Irgendeine Straße. Irgendeine Straße. Wir drücken jetzt die Straße. Irgendeine Straße. Irgendeine Straße. Minus 0,8... 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 Schreibt auch gerne noch in die Kommentargruppe in diesem Jahr noch gerne ein Livestream von einem Spiel gerne sehen möchtet oder nicht. Bei den zwei Tagen ist es schon Silvester und das Jahr schon wieder vorbei und bin auch schon sehr gespannt, ob man bis zum Ende des Jahres, bevor das neue Jahr anfängt, die 100 Abonnenten erreicht, weil das ist mein größter Wunsch für dieses Jahr die 100 Abonnenten mit euch zusammen zu erreichen. Also gerne kostenlosen Support da lassen. Meine Videos und Leistung gerne mit euren Freunden teilen. Aber es bleibt alles bei euch überlassen, ist alles freiwillig und ja. Ist das jemand, den ich zwinge meine Abonnenten dazu, mich zu abonnieren? Nein, das ist alles freiwillig. Ah, ich bin schon fast bei der Engstimmigkeit. Fast 80 Kameras. Okay. Ja. 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 Halte ich hier? Nein. Muss ich hier gar nicht anhelfen? Nein, ok, alles gut. Aber das sind alles echt hier interessante Linienwege. Das ist bei jeder Karte immer unterschiedlich hier im OMC 2. Und hier muss ich noch auf der Karte rund 14 Taglinien und die 14 Nachbuslinien fahren. Und bis ich komplett mit OMC fertig bin, mit allen Karten, was ich habe. Dann bin ich ungefähr bei 300 Folgen. So dass ich komplett mit OMC fertig bin, das dauert noch eine Weile. Also haben wir noch das ganze nächste Jahr über Zeit, OMC 2 komplett durchzuspielen. Das war der Gebrüter-Weitkreis. Da muss ich mal schön nachschauen, wo ich hinfahre. Da muss ich tatsächlich in die falsche Richtung fahre. Das ist jetzt da lang. Ich bin die Strecke ja noch nie gefahren, wisst ihr? Genau, ob sie einmal bitte nachladen, danke schön. Ich glaube ich jetzt spielen die da schon passig noch. Gebrüter-Weitkreis. Ach da! Dann ist gut, dann fahre. Ja, ok. Ja, ok. gut. disappeared. und eine minute für fröhung schauen wir mal vor das ist das ist Hallo, kommt rein. Guten Tag. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020